Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstecken! Mit dem Christian, dem Jonathan, dem Sebastian und mir, dem Peter. Und wie angekündigt, spielen wir in Bad Guys at School Verstecken, weil da so ein schönes Spiel ist. Das ist keine gute Idee, Christian. Ihr habt eine Minute Zeit, um euch zu verstecken. Warte ist, wenn ich tot bin. Drei, ja, dann geht es weiter, du spawnst neu quasi. What's läuft in drei, zwei, eins, go! Ah, der Polizist! Eine Minute habt ihr zum Verstecken, danach habe ich 15 Minuten. Da kann ja noch, da kann ja noch den Polizisten hier ein... Hey, guck mal hier, nein, Polizist! Ihr habt das komplette Gelände zur Möglichkeit und, ja, ihr könnt alle Items und was auch immer ihr findet benutzen. Wie ihr möchtet. Wird schwierig heute zu suchen, Christian ist die Nummer zwei. Warte mal, Peter ist doch hier vorne, ne? Ich verprügel, glaub ich, in der Zeit mal kurz den Schüler. Hä? Hallo! Ich seh dich schon, ne? Hast du noch eine halbe Minute. Eine halbe, nur, nur, oh Gott! Ich verprügel in der Zeit den Schüler. Okay, Peter, ich geh in ein ganz tiefes Loch, ja. Oh, da würde ich nicht reingehen, da stirbst du. Echt? Tja, war doof. Darf Peter auch fliegen? Ja, ich darf auch fliegen. Ja, klar! Nee, Peter nicht. Ich muss zu Fuß über diese ganzen riesigen Map laufen. Was weiß denn ich? Oh, da hinten ist noch ein Schüler, den ich verprügeln kann. Du bist noch in der Schule, ne? Ja, ja, ich bin noch im Chemieraum. Also meine Zeit ist ja noch nicht angefangen. Und jetzt suche ich! Wuhu! Oh, shit! Alter, welcher Wichser hat dir Peter Sachs denn geschrieben? Echt nicht! Kannst du dich nicht damit berüsten? Nee. Okay. Okay, wo seid ihr Schweine? 50 Minuten Zeit habe ich. Alter, gewitter! Gewitter! Da sehe ich, wir fliegen! Gewitter! Oh, wir saufen ab! Leute, ich konnte... Ich werde gewillt! Ich werde gewillt! Oh, mein Gott! Ich werde gewillt! 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 Was ist denn jetzt los? Ich habe immer was benutzt! Hast du den Wetterhai gerufen, oder was? Ja! Ich habe den Wettermann benutzt! Freu dich nicht! Ich wusste ja nicht, dass das Wasser schweißt! Wettermann, komm, mach wieder Wasser weg! Okay, gar kein Thema hier! Ich habe damit kein Problem! Könnt ihr schwimmen? Ja, ja! Dive the bus into the lake! Hast du gut hingekriegt! Okay, schuhe ich dann mal weiter! Weil sonst hätte ich jetzt kurz aufgehört! Ich weiß nicht, ob Christian das wieder rückgängig machen kann! Ich habe den nochmal benutzt, aber das ändert sich nicht mehr! Vielleicht... Kann man irgendwie eine Ergo-Ego-Perspektive oder rauszoomen oder so eine Scheiße? Weiß ich nicht! Soweit ich weiß nicht! Ah, guck mal! Das fällt wieder! Oh, wieder Ebbe! Das ist wieder gut! Wieder Ebbe! Die Sonne kommt wieder! Der Meeresspiegel sind! Also Peter, ich gebe dir schon mal einen Tipp! Ich bin nicht in der Schule! Ich auch nicht! Danke für den Tipp! Ja, Peter! Ich bin auch nicht in der Schule! Ich war da, wo der Wettermann ist! Ja, ich weiß nicht, wo der Wettermann ist! Ja, das ist auch gut so! Ich wusste... Die Frage ist, hat denn jemand Peter schon gesehen? Ja, Peter habe ich ganz zu Beginn rumfliegen sehen, aber ich weiß nicht wohin! Kann man M oder Map drücken oder Tab? Nee! Hä? Okay! Jetzt höre ich gerade Formel 1 Wagen! Peter fährt denn mit dem Formel 1 Wagen rum? Peter fährt rum? Nee! Also im Single... Was heißt im Singleplayer? Ich habe das mal kurz testweise im Singleplayer gestartet! Da sind auch Autos rumgefahren! Im Multiplayer habe ich das noch nicht gesehen! Krass! Ich habe das letztes Mal im Multiplayer gesehen, als wir im Multiplayer gespielt haben! Ja, dann ist ja gut zu wissen! Das muss nicht einer von uns sein! Da, ich höre jetzt auch den Formel 1 Wagen, Jay! Ja! Krass! Aber ich glaube, das war Peter! Peter ist gerade noch bei mir vorbeigeflogen, also! Ich bin nicht der Formel 1 Wagen! Peter ist im Süden der Map! Nee, ist das Süden! Alter, was ist denn Süden? Also wenn du am Haupteingang, ja, genau auf der anderen Seite raus gehst, da ist Süden! Also der Haupteingang ist für mich Norden! Weißt du? Und dann von da aus ganz nach unten quasi! Ah, ja! Okay! Nee, ich habe meine Papiere nicht! Ich muss los! Nein! Was ist denn das? Als ob du mich hier direkt gefunden hast, du Arsch! Ich dachte mir gerade, hä, wieso läuft denn der Motor von dem Wagen? Oh nein, das hört man! Oh Gott! Ja, Kacke! Ach! Du hast dich selbst einfach in so einem Auto versteckt, der Schlinge! Ich sehe dich! Smart! Aber irgendeiner muss halt den Bram machen, wenn er nicht da ist! Ja, das stimmt! Okay, wo ist Peter? Er hat keine Ahnung! Ich kann dich nicht sehen, Peter, wenn du fliegen solltest! Im Süden der Map! Wenn ich dir mal Tipps gebe! Ja, weiß nicht, was Süden ist, Alter! Flieg durch in Luft und dann sag ich dir, ich sehe dich oder ich sehe dich nicht! Also Peter ist immer noch im Süden! Ja, sag ich doch! Okay, meinetwegen ist er auch im Westen, Osten oder wo! Aber ich kann's confirm! Also der fliegt da halt rum! Okay, ich sehe dich fliegen! Kannst du das confirm? Hä? Ich hab dich gesehen, Peter! Ja? Alter! Hier sind ja in den unterschiedlichen Häusern voll die crazy Dinge, Alter! Da ist auch Geld zum Einsammeln und so! Jo, stimmt! Ja, krass! Und ich hab hier gerade irgendwie so eine komische Statue gefunden mit Kerzen! Ja, benutzt ihn mal! Oh, ist das der Wettermann? Was ist denn denn? Das ist der Wettermann, ja! Ah! Kannst du mein Ding benutzen! Ich krieg die Rakete nicht gestartet! Ich bin einfach zu doof dafür! Ich bin einfach schon nach der zweiten Klasse sitzen geblieben! Geht auch mit Leiter nicht! Also mit Feuerzeug! Nee, dann hast du ja dieses Deo-Feuerzeug quasi! Ich hab das ganze Ding schon eingesprüht! Wieso liegt hier ein Hai auf dem Sportplatz? Äh, vielleicht ist das Wasser wahrscheinlich! Ach so! Nein! Ich seh Peter fliegen! Nee! Vielleicht bin ich das! Ich bin gerade auf dem Weg aufs Schuhgebäude! Da bleib ich auch immer! Stimmt! Da fliegt einfach! Jetzt landet der! Bub! Nee, seht du nicht! Also irgendeiner flog gerade in Häuserhöhe und einer flog sehr weit hoch! Nee, sehr weit in Häuserhöhe! Oh, ich könnte sonst den Observer machen! Wir haben ja keine Map! Ich kann ja auch einfach von oben filmen! Film! Wo ist denn Peter? Die Frage ist, wo sind Christian und Jonathan? Ich hab' ich Geld gesehen! Oh, hab ich Geld gesehen! Oh, hab ich Geld gesehen! Richtig money gesehen! Das ist gut! Dass du money gesehen hast! Dieser Hai! Okay! Warst du in meiner Nähe? Nein! Also vom Wasserturm konnte ich dich sehr gut erkennen, Peter! Hier jetzt? Ach das, Peter! Ja! Du fliegst ja gerade um den Wasserturm! Ich hab' dich da oben gesehen! Ja! Also nicht da oben, sondern als du in das Haus geflogen bist für die money money! Okay, von wo hast du mich gesehen? Jetzt steht er oben auf dem Wasserturm! Ja, ich drehe mich hier mal gerade so um und überlege, wo ich euch denn finden könnte! Tja! Wo ist der Herr Doktor? Der Chibi-Professor! Ah! Der Chibi-Professor geht weg! Ah, es ist okay! Na, wir sind mal wieder safe vom Chibi-Untertitel! Klar gehst du weg! Du bist gerade weggeflogen, Richtung andere Seite der Map! Also nicht andere Seite, also andere Ecke! Oh, siehst du mich wohl vom Bike weg? Ah, jetzt fliegst du wieder zurück! Ja, natürlich flieg ich jetzt wieder zurück! Jetzt fliegst du wieder Richtung... Naja, also Wasserturm war schon nicht schlecht! Wat? Ja, wie wat? Peter, der ist im Wasserturm! Ich habe schon geguckt, ob ich da reinkomme, aber das habe ich nicht gefunden! Naja, das ist hier alles Much! Das ist hier alles nicht richtig! Aber hier ist wieder Geld! Alles okay! Das wird noch mitgesnackt kurz! Okay! 7 Minuten 20 sind oben! Ich habe noch ein bisschen Zeit! Ja, alle Zeit der Welt! Ich glaube, Peter ist gerade in... Oh! Da fliegt einer rum! Da ist der Heulkoppe wieder entgegen! Ah, ne doch nicht! Jetzt fliegt er wieder weg! Ach komm, ey! Wo bist du denn hier? Der kann ja nur in dem einen Haus sein, Peter, oder? Der dich beschossen? Ich habe ja gar nicht das Gefühl, hier kämen Schütter an! Nein! Also das diesmal nicht! Nein! Also ich sehe dich... Ich sehe dich entfernt! Also Jason ist wahrscheinlich am anderen Ende der Map und sieht da so einen Punkt! Er kommt wieder näher! Ne, jetzt fliegt er wieder weg! Wat? Jetzt kommt er wieder... Ne, jetzt fliegt er auch wieder weg! Okay! Teiler kalt! Wird näher, aber ist jetzt... Es muss noch mal im 90 Grad... Wie geht er nicht ewig? Die Richtung? Zumindest so aus! Das weiß ich nicht! Das sehe ich gerade von der Position aus! Die anderen 90 Grad! Ich sehe Peter gerade nicht! Doch ganz empfehle! Alter, jetzt da voll weit weg! Ja, Peter ist auch mal in der Scheißrichtung! Du bist in dem Fall scheißgebogen! Ja, du bist halt falsch abgebogen! Ich bin in der Nähe des Wasserturms! Gibt's mehr Rache? Ne, gib nur einen! Gibt Jay schon so gute Ansagen, ne? Wirklich gute Ansagen! Ist er denn jetzt? Vorsicht, Peter ist gelandet! Ja, da muss ich aufpassen! Also da darf ich mich natürlich nicht erwischen lassen von! Er ist auch am Boden gelandet irgendwo! Wenn er jetzt hier rumläuft und versucht mich zu finden, das ist natürlich blöd! Eigentlich wird ganz geil, wenn man halt sich duckt, dass dann der Name auskommt! Warum fliegt der, kenne ich ihn besser! Sonst sehe ich halt nicht alles, ne? Ja, die Frage ist, wieso, wenn du mich siehst, bist du dich eigentlich auch sehr gut! Ja, also nicht zwangsläufig, Peter, wenn du drinnen im Haus stehst! Zwischen den Häusern sehe ich dich im Zweifel halt logischerweise nicht! Wenn du Fenster rausguckst, dann kann ich dich natürlich sehen, ohne dass du mich siehst! Ja, ja, okay, das stimmt! Wobei, ich kann ja auch durch die Fenster reingucken! Ist jetzt im Norden! Ja, Norden ist gut! Aber ich finde ihn nicht mehr! Ich habe ihn verloren, auf jeden Fall! Der hat ja festgelegt, wo Norden ist! Ich fliege hier die ganze Zeit schon rum! Hä? Fliege die ganze Zeit jetzt hier! Ja, ja! Der ist gleich wieder in der Schule! Ah, da hinten ist er! Nördlich des Schuleingangs! Oh, Christian sieht den auch! Ja, der macht mich total verrückt! Peter! Das war so leicht am Anfang, ja? Peter ist auf mich zugeflogen, dann ist er abgedreht, zum Glück! Das ist doch ne Verarsche! Ne! Der fliegt nicht! Doch! Der braucht ja auch nicht! Ich fliege die ganze Zeit! Fliegt euch! Ja! Ich fliege selber! Ich fliege selber! Weiß ich euch beide nicht? Hä, wen habe ich denn dann eben gesehen? Du hast gerade Peter gesehen! Du hast gerade Peter gesehen! Ich fliege trotzdem die ganze Zeit! Ja, das stimmt! Aber jetzt eben ist es so kurz gelandet! Es ist so gut bei mir, dass ich dich nicht sehen kann! Ja, ne! Oh ne, Peter fliegt! Aber der fliegt nicht so hoch! Der fliegt eher so auf Häuser- und Dachhöhe! Muss ein bisschen aufpassen! Der fliegt so zwischen den Bäumen hin und her! Okay, wieso siehst du mich denn jetzt hier schon wieder?! Ich sehe ihn nicht! Ja, du nicht! Aber Christian sieht mich jetzt die ganze Zeit! Ja, Peter kurz gesehen! Ich weiß aber auch nicht wo Jay ist, muss ich sagen! Also ich würde dir auch nicht verraten, aber... Also im Auto sich zu verstecken war nicht so smart! Das ist mega laut! Wo ist sie denn?! Jay! Chill doch! Sepp! Sepp! Wo bist du eigentlich? Ich bin... Ich mache Observer! Ich fliege einfach oben! Ah ok! Und gucke so ein bisschen was Peter macht! Ich sehe Peter nicht mehr! Das ist ein bisschen belastend gerade! Ich glaube auch das Gefühl, dass der gleich hinter mir ist und sagt... Da müsste er nicht mich daraus trauen! Da hätte ich ja auch gerne das Gefühl! Peter ist auf jeden Fall gut unterwegs! Peter ist richtig sneaky gerade glaube ich! Ich fliege vor allen Dingen die ganze Zeit, aber nicht so hoch! Das stimmt! Ja, aber... Ich sehe dich definitiv nicht gerade! Hä? Schießt du auf mich Sebastian? Nein! Ah Christian! Bist du auf dem Schulgelände gewesen? Lol! Ich dachte wir alle dann am Anfang gesagt... Ich war erst bei dem Wettermann und dann bin ich so... Jetzt sehe ich Peter da am Schulgelände rumfliegen! Jetzt bin ich wieder zur Schule! Oh mein! Da hast du mich gefunden! Gott ey! Ich hatte gedacht diese... Diese Saugknöpfe fliegen über die ganzen Meer... Und ich habe die ganze Zeit geschossen wie ein blöden! Aber scheinbar verschwinden die irgendwann einfach! Da war ich ein bisschen zu offensiv! Also Peter, ich habe mich nicht mehr bewegt, ne? Seit... Hier aufs Schulter! ... meinen letzten Tipps! Okay! So viele Tipps kann ich dir geben! Okay! Jay habe ich nicht mehr gesehen! Ich habe Jay noch gar nicht gesehen! Die Observer könnt ihr euch auf den... Und die Observer könnt ihr euch auf den Wasserturm stellen! Okay! Dann könnt ihr das alles besser erkennen! Dann gehe ich auf den Wasserturm! Dann gehe ich auf den Wasserturm! Dann haben wir das beste Erlebnis meinst du? Ja! Okay! Ich häng fest! In der Luft? Ne! Peter war ja glaube ich im Schwimmbad gerade noch! Peter ist nicht so hoch! Der ist eben... Eher so... Im Schwimmbad braucht er nicht suchen, wenn du vom Wasserturm aus mich gut sehen kannst! So hoch und so hoch fliegen ergibt halt keinen Sinn für mich! Ja! Weiß ich nicht! Weil ich da nicht durch die Fenster gucken kann! Sepp hat gerade am Christian durch die Gegend geschossen! Ja guck mal! Der fliegt doch ewig! Seid ihr zwei ja jetzt oben drauf? Naja! Ich sehe nur einen! Doch! Ich sehe nur einen! Christian! Viel besser als Feuerwerk! Das fliegt auch weit! Das habe ich nur einmal! Achso! Und die Renderdistanz ist gar nicht so hoch! Von hier aus sehe ich euch beispielsweise gar nicht draufstehen! Okay! Okay! So! Wann sehe ich euch denn? Alter! Ich sehe nicht viel spät ist! Jetzt! Lol! What the fuck! Was ist denn Peter? Warte! Okay! Hör auf Peter zu beschießen! Okay! Habe ich genau gesehen! Ich versuch das gerade mal einzukreisen wann ihr bei mir aufklappt und wann nicht! Noch sehe ich dich Peter! Ja ich euch jetzt erst wieder! Okay vielleicht ist das auch klein passiert! Keine Ahnung! Alter habe ich gerade! Ich habe gerade wirklich echt kurz Schiss gehabt als ich das Piepen des Jetpacks gehört habe! Ne! Na ich schon kurz echt Schiss wenn Peter mich gleich hat! Da war er nah dran! Dann ist nicht mehr da! Du bist weg! Naja ich bin hier! Ahja okay! Ja aber nicht auf dem Wasserturm meine ich! Nicht oben drauf! Ne ich bin da und ich bin an dem... Ne runter! Hab die anderen mich schon gefunden? Nö ne! Achso! Jetzt bin ich auf dem Jetpack da runter gefallen! Was ist der denn jetzt hin? Also jetzt habe ich schon das Piepen lange nicht mehr ge... Hört! Ich hört hier die ganze Zeit piepen! Wer schreibt denn da Peter Sacks auf den... Hey! Auf den Dingens! Als ob du selbst das siehst! Was? Ne natürlich nicht! Boah wirst du da zu dritt rumfliegen! Süß! Jay hat ein geiles Versteck! Ich feiere es jetzt schon! Hahaha! Ich dachte wirklich man würde mich hier einfacher sehen! Aber gut! Okay wo ist der Junge? Was steht da? Ne das wird nix! Okay! Ich hab noch ne Minute! SL Quadrat? Ne ne das war... Das war abgerutscht! Du kannst nicht so gut sprayen leider hier! Also ich... keine Ahnung... Ich erkenne es nicht! Sieht aus wie FSL Quadrat! Oh der war auch richtig... Ich dachte jetzt... Du bist wirklich über mir rüber geflogen! Ja ich hab kurz gedacht du fliegst einfach so weit oben wie es geht! Nein! Nein nein nein! Das ist ja Quatsch! Also ich flieg nicht! Wer fliegt denn da jetzt gerade um den... Ich bin gerade hochgeflogen! Ach ne das ist gerade... Sepp ist da hochgelandet! Okay! Ja das habe ich wieder gut gesehen! Das macht mich verrückt! Ich hab so ne Ahnung wo Jay ist! Ja noch 20 Sekunden! FSL Quadrat und PEDD seh ich! Irgendwann verschwinden die einfach aus der Scheiße! Peter durch Triangulation! Könntest du jetzt rausfinden wo er ist! Ja theoretisch schon! Aber die Zeit läuft mir weg! Und sie ist mir weggelaufen! Ich hab dich nicht gefunden! Wo warst du? Einem der Häuser hier oder? Wo? Wo ist er? Ich flieg! Ich seh den nicht! In der Luft flieg ich! Na da hinten! Hier! Die ganze Zeit! Saß ich hier im Baum drin! Du bist ein paar mal um mich herum geflogen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie gut ist das denn? Wie gut ist das denn? Not bad! Also man kann sich da rein stellen! Oh nein! Ich dachte halt, da wird mein Name halt super einfach erkennen! Das Ding hab ich jetzt gehabt! Die Baumtextur zählt aus sozusagen so ein bisschen als Wand! Das ist natürlich awesome gewesen! Dann hab ich natürlich Glück gehabt! Weißt du, du bist halt über mir rüber geflogen! Ich dachte so Scheiße! Jetzt hat er mich! Dann läuft eure Minute in 3, 2, 1, jetzt! Guck mir das relativ unscharfe Periodensystem der Elemente an! Das ist schön! Ganz schön hässlich! Ich versuche mal ein besseres versteckt zu nehmen! Ach dieser Hai auf dem Sportfeld, ne? Die finde ich schon ganz sexy! So, 37 Sekunden habt ihr noch! Nein! Oh das ist irgendwie eine Minute ist aber auch echt schnell vorbei! Nein! Das ist eine halbe vorbei! Das ist echt fix! Immer noch ein gutes Versteckerino hier! Scheiße! Das riecht ganz gut! Das riecht ganz gut! Smells like poo! Ihr müsst alle versteckt sein! Ich komme jetzt! Okay! Oh Gott! Oh Gott! Schnell landen! Und dann wird's das hier! Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ah da fliegt Christian! Ich bin eben mit dem Baufahrzeug durch die Gegend gefahren! Und hab das irgendwo stehen lassen! Das geht? Und das scheint zu respawnen! Naja, du kannst mit diesem Kran da fahren! Jetzt hab ich da auch noch easy peasy mit dem Baufahrzeug durch die Gegend gefahren! Wie wär das, wenn da Peter Sachs einfach auf dem Logo wär? Voll neu! Wär die Scheiße! Hä? Wie wär das, wenn Peter Sachs auf dem Logo wär? Ja so wie hier! Weißt du, bei den Looney Tunes da steht das ja auch immer so rum einfach und dann steht da nicht WB drauf, sondern so wie hier! Bei den Looney Tunes! Peter Sachs! Weiß jemand wo Christian ist? Ne! Der war vorhin im Westen! Ah ne! Ich weiß, ich will den nicht! Hab ihn lange nicht mehr gesehen! Geld gesnackt! Westen wäre der Wasserturm dann, ne? Und hier um Detention zu verteilen! Ja, ein bisschen südlicher vom Wasserturm! Noch seh ich keinen hier irgendwo in der Luft! Ob ihr euer in Holly Polly? Ne wie hieß die? Polly Holly? Holly Polly? Ich weiß es nicht mehr! Holly Pollys Traumhaus! Achso! So was gibt es da jemand drin? War das nicht so ne Figur? Also so ne Puppe, wo du dann irgendwie... Ähm... Halt auch... To-Frag-Sachen! Quasi so Sachen zukaufen konntest! Also so ne... Holly Pocket meinst du! Äh... Ja... Polly Pocket gab's auch! Das war das Pondor zu Mighty Max! Mighty Max war awesome! Ähm... Polly Pocket... Aber da gab's doch noch irgendwie hier... Holly Pollys Traumhaus oder so ein Scheiß! Ich hab keine Ahnung wo du dran redest! Also Claude du redest von der Puppe! Oh mein Gott! Ja... Okay! Was machst du denn? Naja... Das Hühnerhaus hat keinen Eingang, aber du kannst einfach durch die Wand gehen! Hahaha! Was? Ist ja immer drin! Du kannst einfach durch die Wände laufen! Naja da war keiner drin! Dann ist er im Süden! Das Hühnerhaus war im Süden, da wo Peter mich gefunden hat leider! Im Süden! Ja da wo schön Wetter ist! Wie kann ich denn mein Versteck hier wechseln? Da ist Raffalic! Und J-Meins hat ja nicht smart! Ich weiß nicht mal wo du bist! Ich hab auch keine Ahnung wo Christian ist gerade! Also ich hab den nicht einmal mehr gesehen! Weil du ihn gemacht hast! Ja weil ich vielleicht gedacht habe was jetzt gemacht habe was problematisch ist! Wann hast du denn gemacht was problematisch ist? Draußen rumgelaufen! Und das war sehr problematisch in meinen Augen! Boah! Ich bin da! Da! Das sind zwei Ponys! Ahhhh! Alter ich dachte gerade du hast mich gefunden! Ich dachte halt auch so! Shit! Herr Peter ist da direkt reich gewesen! Was macht eigentlich dieser hüpfende Haie da auf dem Fußballfeld? Kann man ja auch mal machen! Der ist halt noch von der Überschwemmung! Achso! Jaja! Denk ich auch mal! Sind überall noch so Haie verteilt! In ganz unterschiedlichen Orten! Niemand ist... Hä? Wieso stapelt sich denn hier die Kohle? Kohle Kohle? Kohle ist immer gut! Ich dachte irgendwer wäre an den Ort des Verbrechens oder so zurückgekehrt! Was ist denn der Ort des Verbrechens? Auf dem Wasserturm? Da wo ich gestartet bin! Achso! In Similabor! Natürlich! Das sind NPCs oder? Ich hoffe! Naja wie gesagt bei uns müsste ja der Name drüber sein! Jaja! Und ich glaube keiner von euch ist so in Badehose unterwegs! Na klar! Bist du im Schwimmbad? Noch nicht! Ja! Ich war im Schwimmbad und die haben crazy Sachen gemacht! Jetzt sehe ich Christian! Nicht? Wo denn? Ja! So im Südwesten der Map! Oder schlecht! Damit wo ist er denn? Hätte ich jetzt so gesagt! Warte! Peter! Peter lächelt so frech! Hast du mich gesehen? Hast du mich gesehen? Hast du mich gesehen? Hast du mich gesehen? Ich habe dich nicht gesehen! Ist das denn geschlosser! Wär ich kurz an dir vorbei oder so? Nöööö! Eh, lol! LOL! Oh mein Gott! Ich glaub, ich hab den Hai getötet. Und die Leute... an dem Hai. Wie hast du das denn gemacht? Ein Firecracker ist wohl... ist wohl ein Polenböller. Ein Firecracker ist ein Polenböller? Der macht ein bisschen mehr Bumm als Bumm. Ich bin gestorben. Wieso bist du gestorben? Scheiße, wo spawnst du jetzt? In der Schule. Das ist okay. Im Lehrerzimmer, glaube ich. Äh, ja, bei den Durst. Aber da ist ein Loch, das ist sehr tief. Ach so, dann bist du doch mal reingegangen. Stopp, Mann. Hast du meinen Explosion denn gehört? Nee. Hat die keiner gehört? Nee, die habe ich aber auch nicht gehört. Nein. Da sind die Leute durch die Gegend geflogen, richtig? Leider nie. Bist du in der Schule? Das gibt es ja keine Menschen. Nee, aber ich sage doch, auf dem Fußballplatz, da wo der Hai ist. Man versucht, den Hai abzuwerfen. Also, das Ding ist, mittlerweile gibt es mehrere Hai. Also, auch in der Schule liegen ein Hai rum. Ach so. Ja, in der Haie lagen auf jeden Fall einige Haie. Haben wir auch gesehen. Boch, 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 boch. Ich frage mich, wo die anderen beiden sind. Ich habe dich schon gesehen. Ach, du hast dich schon gesehen? Nein, ich dachte, ich kann auch wegrennen. Und er ist wieder in den Bomben gemacht. Ach, kacke. Wieso kommst du jetzt hier rein? Ich weiß nicht, ich dachte mir, ich muss doch mal so... Du hast mich schon gesehen, Peter. Du bist vor allem vorbeigelaufen, während ich da so, ich sage jetzt mal, so einen Schriftzug verändert habe. Ach, hast du, okay. Da ist Jay. Nein! Du hast mich gefunden. Was? Der Hübel hier rum. Ich hoffe, ich hoffe jetzt schon eine Zeit lang einfach wieder rum. Im Kreis. Ich weiß aber nicht, ob das halt da war. Nee. Das ist schon lange her. Das war da, wo ich so gelacht habe. Da ist Jay voller mir vorbeigelaufen. Der Lehrer verprügelt jetzt die Schüler am Klott in die Geld. Ich habe noch sieben Minuten. Aber damit hast du die anderen beiden auf jeden Fall schon mal ganz schön schnell gefunden. Scheiße, du hast auf jeden Fall schon geholfen. Der Jay ist halt offensichtlich über die Straße gehüpft. Ja, ich dachte nicht, dass das so offensichtlich ist. Schade. Was hast du gemacht, Peter? Du hast das verschönert. Ich habe hier... Das sieht genauso aus. Der Wasserturm sieht doch genauso aus. Naja, Wasserturm war ich hier nicht. Was hast du denn sonst verschönert? Ich dachte, wenn Christian noch mal zurückgeht, zu dem, wo alles angefangen hat, habe ich ihm nochmal da so eine Nachricht hinterlassen. Achso. Tja! Jetzt habe ich gerade ein bisschen Schiss. Ich denke, hier oben aufs Dach. Ich weiß nicht, wo er ist. Von der Schule. Wie kann man denn sprühen überhaupt? Ja, dafür brauchst du... ...maustaste. Dafür brauchst du aber erst mal das Ding. Genau so später auszuschassen. Oder Spray. Ich glaube, Kreide gehen nur in der... Ne, Kreide geht überall. Nur für Tafel, oder? Ich habe mich da eingekreist. Peter, das Peter sucks. Achso. Wir haben nur noch keine Kreide gefunden. Heyo, hier ist ja wirklich eine Haie drin. Wow, Peter, du hast... Hä, war das von Peter? Was denn? Hat er gemacht. Ja, okay. Ich habe gerade Spray in der Schule. Hat Peter nicht gesagt, er hat sich irgendwie gerecht oder so? Ja, ich habe... Da steht auch was. Da steht zweimal Sepp-Sax. Ja. Achso, ja, finde ich nice. Der Sepp hat ja auch Peters-Sax dahin geschrieben. Hallo, stimmt gar nicht. Was? Oh Gott. Deswegen fand ich lustig, dass du jetzt zweimal Sepp-Sax schenkst. Okay, fuck. Ja gut, Sepp hat dann ja bei dem Turm gemacht. Das kann ja nicht wissen. Das kann doch nicht sein, dass ich nur die scheiß Jetpacks finde. Das ist im Chemieraum, hinten in der Ecke, hinten links. Aber der sucht ja nicht die Jetpacks, sondern... Ich will Spray-Scheiße haben. Alter, ist ja gut Pferd, ey. Da ziehe ich mich ja schon. Da läst die Krankenstation. Jay hier in der Musikklasse ist Spraydose. Komm mal nach oben. 4 Minuten 40. Okay, pass auf, ich bin im Schulgelände. Ich bin sogar im Hauptkomplex der Schule. Ja? Boah, dann hat Peter ein gutes Versteck gefunden. Uiuiuiui, da bin ich ja gespannt. Dankeschön. Hauptkomplex der Schule, ja. Dann höre ich auch auf, um zu fliegen. Ach, Papier. Alter, hier spaut einfach... Bist du unsichtbar? Hier ist einfach Geld gespaut gerade. Ne, unsichtbar bin ich nicht. So ein gutes Versteck habe ich nicht. So, gucken wir mal, was hier, ob hier so bei Ordnung herrscht. Oh nein, der Lehrer geht um. Der Direktor geht sogar rum. Ja, sogar der Direktor. Da geht ja gar nicht klar. Die Prinzipale. Wo sind denn hier die Schüler? Ey, ist ja wirklich voll viel Cola. Classroom, ey. Ey. Das bleibt ja für immer dran. Hände über den Tisch. Klassenarbeit. Hände über den Tisch, genau. Hände aus der Hose. Die haben da teilweise die Hände so im Tisch drin. Wenn du einen schwarzen Strich siehst, Christian, den brauchst du nicht verfolgen, der ist mein Laufweg. Ich dachte, du legst jetzt einen Brotgruben für Christian zu Peter. Krass, du kannst halt, theoretisch kannst du in die Toiletten rein, indem du einfach drüber springst. Lebt wieder. Peter ist im Hauptgebäude, Alter. In so einem Ding sitzt auf die Schnauze. Er ist dachte, er ist auf dem Schulgelände. Wer soll mich aufhalten, die Lehrer? Oder? Peter hat auch gesagt, im Hauptgebäude, oder? Naja, im Hauptgebäude, habe ich sogar gesagt. Ja. Ah. Ich habe ein Skateboard, aber typisch leerer weiß ich nicht, wie man es benutzt. Peter ist schon krass. Oh, Peter ist da, wo man ihn am wenigsten erwartet. Kann man sich hinter der Türe verstecken? Das wäre natürlich richtig gut. In der Turnhalle. Ich habe auf jeden Fall schon wieder so einen Move gemacht, der gut war, fand ich. Ach, als ob. Peter, hast du mich schon gesehen? Ich bin doch gerade auch durch beide vorbeigerannt, wie ihr da in der Haupthalle gespielt habt. Was? Soll was? Okay. Aber ich war gerade bei Seb. Ja, wir sind auch sehr nahe an den Haupthalle gekommen, sage ich jetzt mal. Was? Christian, ich habe den auch nicht gesehen. Peter hat jemand gefunden, womit er sich verwandeln kann. Ja, Peter ist jetzt irgendwie der Hai hier und hüpft hier rum oder so. Ey, Peter ist an uns vorbeigerannt? Oh, Peter ist im Hai. Ja, hier. Guck mal, da. Mit meiner ganz normalen... Nee, an dir bin ich nicht vorbeigerannt. Wir sind uns nur nahe gekommen. An Jay und Seb bin ich vorbeigerannt. Ach so. Ja, dich habe ich auch vorher mal einmal gesehen. Hm. What the fuck? Wie lange hast du noch? Weiß ich nicht. Obere Etage, wenn ich... Also mittlere Etage. Also nicht ganz oben, sondern erst Etagen. 1,25 habe ich nicht. 1,17. 16. 1,17. 1,17. Christian, der ist einfach krass. Alter. Oh mein Gott. Ich habe gerade... Machen wir das nicht. Hast du ein Kind geschlagen? Darfst du nicht. Hey, ich habe einem Kind zu schnell drauf geguckt. Don't do that. F.I. Open up. Puff. Hey, ich muss die Rolle des Lehrers... Wo ist er denn? Wo kann der denn sein? Ich habe noch 40 Sekunden so eine Scheiße. Also in Deutschland, wer hat erste Etage? Oh lol, nein. In Deutschland? Also die erste Etage ist nicht erdgeschossen. Christian, komm mal hier rein. Nee, ich habe doch gesagt, die mittlere Etage. Nicht Dach, sondern Halten. Hieß meinen Namen noch? Ja. Okay. Ich habe gedacht, Peter hat dort rausgefunden. Also erst mal hat Christian gut die Zeit geklaut. Finde ich gut. Der war eh hier. Nee, ich war eh da, wo Sip ist. Mein Geld. Oh. Hopla. Ja, Jay. Nee. Sorry. Was gibt's da ja? Das sehe ich schon nicht. Der Server war schön. Ich habe Peter auch noch nicht gefunden. Ich bin hier die ganze Zeit rumgelaufen. Nee, bist du Peter? Nee. Box sie einfach aller. Ich bin fertig. Okay, war der schon im Chemie-Raum? Ja, da war ich zweimal. Habt ihr von da aus in den kleinen Raum geguckt? In welchen kleinen? Was für einen kleinen Raum? In den kleinen Links, ja. Und hinter der Tür. Oh nein. Alter, oben drauf. Ich stand eine Zeit lang hinter der Tür. Oh mein Gott. Okay, das ist... Das ist richtig gut. Aber, ich muss sagen, ich stand erst unten, Erdgeschoss, auch auf so einer Tür drauf. Und dann bist du in diesen Klassenraum rein. Und dann bin ich rausgerannt hinter deinem Rücken. Oh mein Gott. Weil du mich beim Reinrennen nicht gesehen hast. Nice. Toll. Ja. Aber du hast trotzdem gewonnen. Das war jetzt nur für die Ehre. Das hast du ein gutes Versteck gehabt. Für die Ehre. Genau. Das war Verstecken in Bad Guys at School. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.